Ist jemand auf Holz gelaufen? Ich bin hier unten im Erdgeschoss, ja, da ist noch... Achtung, da kommt einer! Oten? Ruhig, pscht! Nicht bewegen. Der war draußen. Der kommt von dem... Ich höre was? Ja. Wo? Ich bin hier. Ich bin hier. Ja. Also. Dort. 20, okay? Hm. Von rechts, von rechts, von rechts. Was heißt so ein rechts? Von hinten. Von euch aus hinten sehen. Was von der... Von der... Von der... Von hinter uns? Von hinten, von hinten. Von da wo ihr kommt seid. Hey, ich verstehe es halt doch nicht! Man, fickt euch! Benji? Ja? Ja. Bist du tot? Ja? Scheiße. Ich hab grad mein Magazin nachgeladen. Hm? Warte mal, sei ruhig. Komm. Achso, du bist noch drin. Ja. Hat euch nen Scaffer schossen? Ja. Nee. Das war... Der hatte trotzdem rote Jacke an, komischerweise. Aber auch was rot. Gott, nicht mal am Helm. Ich schau'n ganzes Magazin auf den drauf. Ich schau'n ganzes Magazin auf den drauf. Es war ein bisschen skurril jetzt, muss ich sagen. Der war auch direkt auf einmal hinter uns. Der war genau neben mir. Ich hab den gehört. Hab grad ne Magazin nachgeladen. Auf jeden Fall hab ich das Rache hören. Wollte mich drehen. Der war schon tot. Und der hatte... Vielleicht hat er im Gepisch gehockt. Eine Musine hat er gehabt. Achso? Hm. Ich weiß nicht, ob der da gekannt hat und gewartet hat, dass er... Leute kommen. Ich weiß es nicht. Ich hoffe ja, dass er in der Hütte kommt. Dass ich ihm einen Rest geben kann. Ach, schieß den bitte, den Wichser. Ja. WALLI GEBKO! Wo kommen die nächsten Scaffs? Mann, ich trau mich nicht zu bewegen, weil er dann hört, dass ich ja Steps mache. Mein Painkiller ist auch alle. Wieso kommt der Huhn so nicht? Weiß er, dass ich hier drin sitze, oder was? Hat er magische Kräfte und kann durch die Wände gucken. Kein Helfer. Mhm. Mh? 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 Deine Maustaste mal zitiert. Mh? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Scheiße dass man da hinten nicht drüber springen kann. Der Hohensinn sitzt da noch draußen. Alter! Alter! Dieser Wurmsohn! Der Hohensinn! 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 Jetzt wollen sie um! Alter! Alter! Die wollen die obere Etage durchsieben. Ist jemand auf Holz gelaufen? Ich bin unten im Erdgeschoss. Ja, da ist noch. Achtung, da kommt einer! Ruhig! Neu, nicht bewegen! Der war draußen! Sein Kumpel deckt hier ein. Da, hört er? Jetzt. Nicht bewegen. Ich hab die vorderen Tür im Visier. Ich bin hier hinten an der Treppe, also muss ich nicht nach hinten schießen. Ich bin weiterhin an dem Fenster, wo ich den Typen erschossen hab. Irgendeiner hat jetzt was gemacht an seiner Waffe. Nein. Ich hab das Auto. Ah, okay. Ich hab's gehört. Steps. Granate. Granate. Hat jemand was abgekriegt? Nein, der hat die oben reingeschmissen. Wir sind alle unten? Ja. Gut. Was macht denn der? Der schmeiss jetzt wahrscheinlich in jedes Fenster eine Granate. Benji, wo bist du? In diesem Foyer, sag ich mal. Ah, in dieser kleinen Kammer? Genau. Okay. Beutel, du bist in dem mittleren Raum, oder? Na, ich weiß nicht. Wo so ein Tisch drinnen steht. Also nicht bei dem Scaf vorne? Ja, da ist ein Tisch. Hm. Gut. Ich guck nach draußen auf dem weißen Container. Auf dem weißen Container. Okay. Der Typ soll immer reinkommen. Ich muss pissen, Alter. Ja. Bei mir läuft der Penkeller aus. Wo bist denn du, Matze? Ich hänge hinten an der Treppe. So. Jetzt kommt's Schritte. Von rechts. Jetzt. Von rechts. Jetzt. Ja. Was macht denn der? Da haut überall Granaten rein. Das im Gebäude. Die Tür ist auf. Jetzt ist er wieder draußen, oder? So. Wie viele Granaten hat denn der Typ? Nein, von mir eine Granate. Bist du tot? Nee. Ich bin jetzt wieder hoch. Oh nein, Alter. Ich bin tot. Du Penner. Es kann nicht sein, Alter. Ich bin auch tot. Und wie viele Granaten hat die denn? Ist doch nicht normal. Ich hab einen, ich hab einen. Sehr gut. Alter. Alter, leck mich am Arsch. Der hat durch die Wand geschossen. Der hat einfach durch die Wand geschossen. Was ist denn das für eine Kacke gewesen? Ey, die melde ich aber definitiv. Wie ist der bei euch? Ey, dieser Hurensohn. Ich verpasse ihm einen, ich verpasse ihm was und er fällt einfach nicht um und schießt mich mit AP-63 über den Haufen. So wie Bord. Boah, ich meine 6er Body-Armour, Alter. Das ist ein Tio-Fatisch von 89 oder was? Ja. Der hat durch die Wand geschossen.